Es freut mich, dass wir unser Studium über die Haushalterschaft fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Ehrlichkeit Gott gegenüber. Wir wollen uns als Grundtext den Text aus Lukas 16, Vers 10 nehmen, der da sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten unrecht ist oder unehrlich ist, der ist auch im Großen unrecht und unehrlich. So, lasst uns verstehen, was hat es zu tun mit dem Haushalter? Was hat die Ehrlichkeit damit zu tun, ob es im Großen oder im Geringsten ist? Wir erinnern uns, dass ein Haushalter nie sein eigenes Gut bewirtschaftet oder anwendet, sondern immer nur fremdes Gut. Er kann kein eigenes Gut besitzen. Wir erinnern uns, dass der Haushalter die Fähigkeit haben muss, die Aufgabe auszuführen und er muss Verantwortung geben für das, was er tut. Sonst wäre ja die Ehrlichkeit oder die Treue, das Recht handeln, nicht erforderlich. Weil würde er sein eigenes Gut verwalten? Wem müsste er dann Rechenschaft geben, ob er treu, ehrlich mit den Mitteln umgegangen ist, die ihm zur Verfügung gegeben oder gestellt wurden? So erinnern wir uns noch einmal die Zusammenhänge, die es gibt in der Haushalterschaft. Hier ist der Mensch mit seinem Geist als Seele, als ganzes Wesen, das gemacht wurde zu einem Zweck. Und wir wissen, der Zweck ist die Erhaltung des Lebens auf der Erde, die Verwaltung des ganzen Haushalts hier und es erfordert das eigene Handeln des Verwalters. Die Mittel, die Gott dafür zur Verfügung gestellt haben, sind die Liebe, Gerechtigkeit, Treue und so weiter, die Nahrungsmittel, Wasser, Luft, all das, was wir brauchen, die Werkzeuge, die materiellen Mittel, die Beziehungen und die Kinder, die uns Gott gegeben hat, den Appetit, die Leidenschaft, die Sexualität und das Leben sind gegeben, dass wir sie als Mittel einsetzen zum Erfüllen der Haushalterschaft. Dafür hat uns Gott die Selbststeuerung gegeben. Wir nur können denken, unterscheiden, entscheiden, atmen, essen, trinken, lieben, treu sein, gehorchen, das heißt diese Mittel anwenden. Wir nur haben eine Moral und eine Verantwortung für das, was wir tun. So die Ehrlichkeit hat etwas damit zu tun, wie und wofür ich die Mittel einsetze. Ich muss deshalb aus der Quelle nehmen, um es dann weiterzugeben. Wir wissen, das ist das Grundgesetz des Universums, nach dem alles funktioniert. Jetzt ist die Frage, wie viel soll der Verwalter weitergeben von den Mitteln, die er aufnimmt? Und da gibt es nur zwei Antworten, alles oder nur ein Teil. Das heißt, sind die Mittel je für den Haushalter bestimmt? Ist das, was er nimmt, wird das komplett weitergegeben oder nur ein Teil davon? Das ist die Frage. Weil ich denke, es ist entscheidend, dass wir diesen Punkt verstehen, um darauf hinzuführen, dass wir sehen, sind wir ehrlich oder nicht. So schauen wir uns das Gesetz an. Was sagt das Gesetz? Von allen Mitteln, die uns zur Verfügung gestellt werden, wird irgendein Mittel zurückbehalten oder muss es alles gegeben werden? Wir wissen, dass in der Natur alle Mittel entweder umgewandelt oder weitergegeben werden. Aber sie werden alle genutzt. Nichts, was nicht weitergegeben werden kann, führt zum Tod. Behalten ist Tod. Nichts darf behalten werden. Wenn unser Magen immer nur ein Teil dessen, was er aufnimmt, behalten würde, das heißt, würde er in seiner Bewegung nicht immer alles weiterschieben und würde dann, wenn das Blut einen Teil der Elemente aufgenommen hätte aus dem Magen, sie an seinen Wänden, die Gefäße ablegen würde und sie nicht immer weitergeben würde. Was würde das bedeuten? Das würde der Tod bedeuten. Das würde schnell bedeuten, dass das Leben zu Ende gibt. Wenn das Herz nicht mehr das ganze Volumen, was es aufnimmt, weiterpumpen kann, weil ein Teil zurückfließt und es behalten muss, diesen Teil, dann ist das Herz krank. So in der Natur erlaubt das Gesetz nicht, dass irgendein Mittel nur zum Teil weitergegeben wird oder umgewandelt wird. Es muss immer alles weitergegeben werden. Es ist nur das Prinzip, alles aufgenommen, alles gegeben. Es ist nicht alles aufgenommen und nur ein Teil wird gegeben, weil das, was behalten wird, auch wenn es nur ein bisschen wäre, würde sich über die Zeit akkumulieren oder ansammeln und dann wäre der Tod die Folge. So im Gesetz des Lebens müssen alle Mittel komplett eingesetzt werden vom Haushalter zum Erfüllen des Zweckes. Jetzt wollen wir schauen, welches ist nun das Verhältnis von Vertrauen und Tun. Wir wissen, dass der Geist des Menschen nicht gezwungen werden kann. Deshalb kann er alles nur nehmen und geben durch Vertrauen. Deshalb müssen wir dieses Verhältnis wissen. Vertrauen spiegelt die Ehrlichkeit. So, wir wissen, dass alle Dinge müssen aus dem Vertrauen kommen und alles kann nur aus Vertrauen geschehen. Und ist das Vertrauen in Gott komplett, werden alle Mittel komplett benutzt zur Erfüllung des Zweckes. Nichts wird behalten. Und jetzt müssen wir uns natürlich auf das Vertrauen konzentrieren, weil das Vertrauen spielt die entscheidende Rolle, ob wir ehrlich sind in dem, was wir tun oder nicht. Und wir wissen, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir nur auf ihn vertrauen sollen. Das Gesetz erlaubt nicht, dass eine andere Quelle es gibt, woher ich die Mittel nehme, damit ich sie weitergebe. Aber jetzt hat sich Luzifer als eine andere Quelle erwies und kommt und bietet Adam und Eva etwas an, dass Adam und Eva in Vertrauen nehmen müssen. Können sie denn jetzt nicht beiden vertrauen? Können sie nicht sowohl von Gott etwas nehmen und auch von dem Mammon, das heißt von Luzifer? Warum ist das nicht möglich, dass man beiden und sich nach beiden richtet? Wir wissen sehr genau, was Jesus gesagt hat. Matthäus, Kapitel 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird er den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und da steht, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das heißt, dass die zwei sind Gegensätze und man kann nicht Gegensätzen gleichzeitig vertrauen. Man will entweder dem einen vertrauen oder dem anderen. Deshalb stellt sich nun die Frage, warum hatte Adam und Eva nur eine Chance, wem sie vertrauten? Warum, als sie gemacht wurden, auf Gott zu vertrauen, Gott hat sie ja nicht gefragt. Es ist ja eine Pflicht, es ist ein Gesetz, das ich aus Gott leben muss. So, dadurch, dass er das Gesetz gemacht hat, hat er mich nicht gefragt, als er mich schuf, also als er Adam schuf, damit er ihm völlig vertraut. Warum ist diese eine einzige Misstrauen gegen Gott und die Bindung an Satan, wo er vorher von Satan getrennt war, so entscheidend? Mensch trennt sich von Gott und bindet sich im Vertrauen an Satan. Und warum ist das eine endgültige Sache? Warum war dieses, wir können es ja sagen, kleine Misstrauen, war ja kein großes, oder? Warum war dieses kleine Misstrauen ausreichend, um eine komplette Trennung von Gott zu bewirken? Ich denke, wir müssen uns Rechenschaft geben. Nach dem Gesetz, das Gott gemacht hat, kann Vertrauen in niemanden anders sein als in Gott. Und wenn es auch nur ein bisschen in jemand anders ist, ist es komplettes Misstrauen gegen Gott. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten Unrecht ist, der ist auch im großen Unrecht. Ihr seht, Adam und Eva waren in einer geringen Sache untreu und es war eine komplette Untreue. Es war keine halbe Untreue, weil es gibt keine halbe Untreue. Es gibt nur ganze Treue oder ganze Untreue. Die geistigen Dinge gibt es nur entweder oder. Es gibt nur Liebe oder das Gegenteil von Liebe. Es gibt nur Gerechtigkeit und das Gegenteil von Gerechtigkeit. Es gibt nur Freiheit und das Gegenteil von Freiheit. Es gibt nicht beides. Zusammen. Deshalb war ein wenig Misstrauen zu Gott, ein komplettes Misstrauen zu Gott. Ich hoffe, wir verstehen, es ist eines der wichtigsten Punkte. Diese Lektion muss uns diesen Punkt deutlich machen. Man kann nicht ein bisschen vertrauen, eine Seite und der anderen Seite auch ein bisschen vertrauen. Adam und Eva haben eine kleine Sünde, wenn man so will, ein kleines Misstrauen an Gott gehabt. Aber es hat eine riesige Auswertung, Auswirkung gehabt, weil es nicht geht. Es geht entweder komplett oder gar nicht. Lasst uns dieses Prinzip erkennen. Das Gesetz erlaubt nicht eine Teilweitergabe, so wie es nicht erlaubt, ein Teilvertrauen von der einen und von der anderen Seite. Äußerst wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Weil man könnte sich als Mensch einfach fragen und sagen, warum war Gott so streng? Er hat ja doch Adam und Eva sagen können, es ist ja nur eine Kleinigkeit. Ihr habt ja jetzt ein bisschen der Frucht gegessen. Ja, ihr hättet von all den anderen auch essen können, aber jetzt habt ihr von diesen nichts Großes. Muss darauf der Tod folgen? Muss darauf diese ganze Misere, die wir jetzt nach 6.000 Jahren haben, sein? Es ist so entscheidend, dass wir verstehen, es gibt nur im Gesetz alles oder nichts. Auf der geistigen Ebene gibt es kein Maß für Liebe. Es gibt nur Liebe oder nicht. Und ich möchte mich nicht wiederholen, aber ich möchte, dass wir den Punkt verstehen. Deshalb hatte Eva und Adam nur eine Chance, Gott zu vertrauen oder ihm misszuvertrauen. Und damit war ihr ganzes Vertrauen auf Gott weg. Weil es gibt nur komplettes Vertrauen oder gar nicht Vertrauen. So, der Punkt müsste sitzen. Es gibt also ein absolutes Nein. Es gibt nur auf einer Seite das Vertrauen. Und jetzt schauen wir uns den Weg zurück. Gott hat für Adam und Eva dennoch einen Weg gefunden, zurückzukommen. Über den Heiland, über seinen Lösungsplan. Aber wie geht jetzt der Weg zurück? Können wir auf einmal Gott wieder komplett vertrauen oder nicht? und jetzt ist es wichtig, dass wir verstehen, wir können Gott nicht auf einmal komplett vertrauen. Es beginnt mit einer Entscheidung, die uns Gott gegeben hat. Wir haben das gesehen, außerhalb unseres Herzens gibt uns Gott eine Entscheidung, nach unserem Verstand, nach unserem Willen, ihm zu folgen. Das führt dann zum Vertrauen im Herzen. Vertrauen liegt im Unterbewusstsein in unserem Herzen. Es ist unsichtbar. Deshalb unser Tun und Handeln liegt im Bewusstsein, in unserem Willen. Das wird immer sichtbar. Aber wir wissen, dass jede Tat muss aus dem Vertrauen kommen. Deshalb kann Gott immer nach unseren Taten uns richten, wem wir vertrauen. Jetzt, wie muss dieser kleine Pfeil hier im Herzen und der große Pfeil immer noch im Herzen, der ist ja da. Die sind beide gleichzeitig da. Natürlich an unterschiedlichen Stellen. Dennoch ist mein Herz an vielen Stellen an Gott im Vertrauen gebunden. Aber es gibt noch, ich weiß nicht wie viele Stellen, wo mein Herz im Vertrauen auf mich, auf die Menschen, auf den Bösen ist. Deshalb, wieso ist das möglich, wenn per Gesetz es alles oder nichts gibt? Und das ist das Werk der Gnade. Im Bewusstsein, in unserem Willen, dort wo wir wissen, sind wir ehrlich oder sind wir nicht, muss die Hingabe immer ganz oder komplett sein. Das heißt, jetzt in diesem Augenblick, wenn ich mein Leben betrachte, so viel, wie ich sehen kann, dann ist alles, was ich bin und habe, zu Gott hingegeben. Dann gehöre ich ihm ganz. Ich habe und entdecke in meinem Herzen viele Anhänglichkeiten, die der Lüge vertrauen, die den Menschen vertrauen. Und das stört mich enorm, es zu sehen. und meine Taten offenbaren es. Und ich denke, Herr, wo ist das Ende? Wieso vertraue ich dir noch nicht ganz? Im Herzen, im Bewusstsein jedoch, im Willen, dort wo ich weiß, was ich tue, dort bin ich aber komplett im Herrn. Deshalb verzage ich nicht, wenn ich mein Herz betrachte, wenn Gott es mir zeigt, durch mein Tun, durch meine Gefühle, wenn ich merke, wie es in mir hin und her geht, weil ich weiß, es ist sein Werk, mir zu helfen, mein Herz zu sehen, aber ich weiß in meinem Willen, in meinem Bewusstsein, ich habe nichts, was ich Gott vorenthalte. Nicht Bewusstes halte ich vor und da ich ihm Nicht Bewusstes vorhalte, falle ich in Sünde oder meine Taten beweisen, dass ich noch hier angehängt bin, aber wenn ich das erkenne, dann gibt es mir die Möglichkeit, dass ich mein Vertrauen auf Gott ganz stelle und Pfeil auf diese Seite größer wird, weil ich in meinem Bewusstsein Gott ganz gehöre und jetzt durch Bewusstsein hilft mir Gott zu sehen, wo ich noch fehl vertraue, aber würde ich im Bewusstsein ihm nicht ganz gehören, dann könnte er mich im Herzen nicht mir nicht helfen, vorwärts zu kommen, um das Vertrauen komplett zu lernen, weil wir wissen, das Gesetz fordert ein komplettes Vertrauen zu Gott, um erlöst zu sein. Deshalb musste unser Heiland von seiner Geburt, von dem Beginn seines menschlichen Lebens immer in der Treue zu Gott stehen, in den großen und in den geringsten Dingen seines Lebens. Es ist sein Glaube, der zu meinem Glaube wird, aber sein Glaube war ein kompletter Glaube. In keinster Weise war irgendwo ein kleines Misstrauen in seinen Vater gewesen. In keinster Weise war ein kleines Vertrauen in sich selbst, in die Menschen und in den Teufel gegeben. Er hatte nur Gottvertrauen. und durch seine Gnade kann ich in meinem Herzen auch diesen Glauben lernen, weil er muss ja zu meinem Glauben werden. Weil es steht geschrieben in Offenbarung 14 Vers 12 Hier ist Geduld der Heiligen Hier sind die der Halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesus. Das heißt nicht Jesus hat für sie geglaubt, sondern sie haben das, was Jesus in seinem Leben erreicht hat, sich durch ihn angeeignet. Sie haben den Glauben Jesu. Und das ist ein Prozess, aber der Prozess kann immer nur dann vorwärts kommen, wenn in meinem Bewusstsein, in meinem Willen die Hingabe komplett ist. Hältst du Gott bewusst etwas vor, bist du unehrlich und betrügst Gott damit. Was wir im Herzen haben, dafür kann uns Gott nicht zur Rechenschaft ziehen, das sehen wir nicht. Aber was wir bewusst wahrnehmen, wo er uns die Fähigkeit gibt, Dinge zu erkennen und zu wählen, durch seine Hilfe, durch das Leben Jesu, durch seinen Glauben, denselben Glauben uns anzueignen. Das muss immer auf der Basis einer kompletten Hingabe geschehen. So ja, Vertrauen in Gott ist für uns ein wachsender Prozess. Der Weg zurück geht über einen schmalen Weg, weil er ja nicht bewusst ist. Wir wissen nicht, was in uns drin ist. Wir wissen nicht, was im tiefsten in unserem Herzen, wo es angehängt ist. Und so muss uns Gott in verschiedene schwierige Situationen bringen, damit wir erkennen, oh Mai, ich vertraue immer noch an der falschen Stelle, obwohl ich in meinem Bewusstsein ganz Gott gehöre. Das ist wichtig, dass wir diesen Prozess verstehen. Im Willen halten wir Gott nichts vor. Im Herzen mögen wir ihm noch Dinge vorenthalten, von denen wir nicht wissen. Aber die ist er ja bereit, uns zu zeigen. Und es geht von den großen Dingen zu den kleinen Dingen. Weil wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Das heißt, er geht von den großen Dingen, den offensichtlichen falschen Taten, geht Gott vor, bis er zu den kleinsten, zu dem letzten Ding kommt, wo das Vertrauen komplett auf Gott ist. dann, wenn das Vertrauen im Herzen komplett auf Gott ist, dann ist Vertrauen oder dann ist Herz und Wille eins. Dann haben wir keine Diskrepanz mehr, die Paulus in Kapitel 7 von Römer erklärt. Dann dienen wir nicht mit dem Willen Gott und mit dem Herzen dem Bösen, sondern dann dienen wir sowohl mit dem Willen als auch mit dem Herzen Gott. Dann ist das, was ich im Bewusstsein habe, auch im Herzen gleich. Und das wird dann geprüft in der letzten Prüfung, durch die die 144.000 gehen, indem sie beweisen, dass ihre Bindung an Gott durch die Arbeit des Heiligen Geistes an ihrem Herzen, durch die bewusste dauerhafte Hingabe zu einer bewussten Veränderung des Herzens gekommen ist, sodass es keinen Betrug mehr gibt in uns, sodass wir in uns hineinschauen können, unser Herz und sehen können, dass dort nichts mehr ist, so wie Hiob das kommt. Hiob war sich bewusst, dass er in seinem Herzen und in seinem Willen eins mit Gott war. Er hatte keinen Zweifel davon. Und so werden auch die 144.000, wenn sie durch diese Zeit der Trübsal gehen, suchen in ihrem Bewusstsein, weil sie müssen ja durch das Bewusstsein suchen, ob sie etwas finden in ihrem Herzen, ob sie eine Sünde haben, ob sie ein Misstrauen auf Gott irgendwo finden, das sie hätten noch jetzt beheben sollen. Aber sie finden keins. Würden sie eines finden, würde das ihr ewige Tod bedeuten. Aber sie finden nichts, weil sie wurden durch einen zurückführenden Prozess der Ehrlichkeit im Bewusstsein dahin geführt, dass ihr Herz völlig umgewandelt wurde in ein komplettes Vertrauen auf Gott. Was nur möglich ist, wenn die sündige Natur, wenn die Brille, die falsche Identität völlig demaskiert wird, wenn sie nicht mehr existiert. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Das Vertrauen zu Gott und das Einsetzen der Mittel ist untrennbar verbunden. Wir werden das Gesetz nur komplett halten. Das heißt, wir werden alle Mittel weitergeben und umwandeln, dann, wenn unser Vertrauen auf Gott komplett ist. Nur der ist ein Gesetzeshalter, der das Vertrauen zu Gott komplett gelernt hat. Sonst ist er immer noch in dem Prozess der Gnade, der Heiligung, wo er lernt, das Ziel zu erreichen, den Glauben Jesus als seinen eigenen Glauben zu haben. Dann wird nichts behalten von all dem, was uns Gott gegeben hat. Dann ist egal, ob es unsere Liebe oder die Gerechtigkeit ist. Es ist egal, ob es die Nahrung oder Luft ist, ob die Werkzeuge, die Mittel, die Materialien, unsere Beziehungen oder Kinder, die Appetit, die Leidenschaft, die Sexualität, unser Leben. Es ist egal. Es wird alles gegeben. Nichts wird mehr zurückgehalten. Weil im Herzen ist das Vertrauen zu Gott komplett. Erst dann sind wir Halter des Gesetzes. Dann erst werden wir diese Mittel hier nicht für uns haben. Ich sprach neulich mit einer jungen Frau, die enttäuscht war, dass der Junge und sie nicht so zurecht gekommen sind und jetzt ist eine Trennung geschehen. Und wie viele solche Paare gibt es? Sehr, sehr viele, auch die, die schon geheiratet haben, sehr viele trennen sich und scheiden sich. Warum? Weil sie ihre Beziehungen als Zweck haben. Sie sehen in ihrem Irrtum nicht, dass eine Beziehung nicht da ist für einen selbst, sondern sie einzusetzen, um alles zu geben, um das hier zu erfüllen. Wir suchen die Beziehungen für uns, wir suchen den Kinderwunsch für uns, wir suchen das Wasser, die Nahrung, wir suchen die materiellen Dinge, die Werkzeuge, die uns Gott gegeben hat, für uns. Wir sehen nicht, dass sie da sind, dass sie komplett angewandt werden für einen Zweck, für den uns Gott gemacht hat. Deshalb finden wir in der Heiligen Schrift immer dieses Verhältnis zwischen Vertrauen und allem geben. Lasst uns ein paar Beispiele. Die Lektion bringt das Beispiel von Abraham. Abraham hat wie viel geglaubt, als er aus Urin Chaldea rausging? Oh, in seinem Bewusstsein war es ein kompletter Glaube. Er ist sofort gegangen. Er hat gehorcht und Gott hat sein Herz umgewandelt. Er hat angefangen den Prozess des Vertrauens lernen. Aber jetzt bringt ihn Gott in Schwierigkeiten und Abraham fällt in seinem Vertrauen. Zweimal macht er denselben Fehler im Zusammenhang mit seiner Frau, weil er seine Frau für sich hat. Er weiß es nur nicht. Will er sie nicht verlieren, also lügt er. Weil er Gott nicht vertraut, dass Gott seine Frau und ihn bewahrt und dass sie das, was sie haben, als Mittel haben, um das Werk zu tun. Und so bringt Abraham Schande über Gott. Aber Gott erzeigt sich, treuer Gott, weil der Abraham tut das, was er tut, nicht in einem kalkulierten Art, dass er sagt, ich will jetzt Gott untreu sein. Nein, sein Herz betrügt ihn. Im Bewusstsein ist er Gott komplett hingegeben, aber sein Herz, woraus die Steuerung ist, wo das Vertrauen noch auf sich selbst, auf Menschen ist, dort handelt er falsch. Und durch das falsche Handeln offenbart ihm Gott sein Fehlvertrauen. Und so kann Abraham lernen, das Ich zu kreuzigen und das Vertrauen, wo es noch falsch liegt, an Gott zu binden. Denn Ismail zeugt Abraham aus Misstrauen zu Gott, aber er zeugt ihn im vollen Bewusstsein, dass er das Richtige tut. Das heißt, vielleicht war er sich ja nicht so bewusst, dass es nicht das Richtige ist, oder vielleicht war er sich bewusst, dass es nicht ganz richtig ist, aber sein Herz hat ihn betrogen. Abraham wollte nicht Gott untreu sein. Abraham wollte nicht in seinem Willen etwas tun, was gegen Gottes Willen ist, aber sein Herz betrog ihn. Und Gott kommt dann zu ihm nach 16 Jahren und sagt Abraham, ich habe in einem Jahr ein Kind, einen Sohn, aber nimm doch Ismail als meinen Nachfolger. Gott sagt nein, es muss der Same der Frau sein, es muss der Same Sarah sein, der Sohn der Verheißung. Und damit ist es ganz klar und deutlich. Gott sagt Abraham, deine Vorhaut muss abgeschnitten werden. In deinem Herzen gibt es noch Fehlvertrauen und das, was dich festhält im Fehlvertrauen ist die sündige Natur, ist dieses Ding, das dich betrügt, es muss abgeschnitten werden. und das Zeichen der Abschneidung des Herzens, als Zeichen der Abschneidung der Kreuzigung der sündigen Natur, wird Abraham oder lässt Abraham sich beschneiden und er beschneidet sein ganzes Haus. Lasst uns verstehen, der Abraham war, als er auszog in Urin Chaldea, immer in seinem Bewusstsein Gott ganz hingegeben, aber in seinem Herzen war er noch nicht Gott ganz hingegeben und deshalb hat ihn Gott ja auf die Reise geführt, weil es war ja ein Gottes Plan durch die vielen Dinge, die er erlebt hat, mit Sodom und Gomorrah, mit Lot, mit dem Kampf, in all dem, was er getan hat, musste Abraham sehen, woraus tut er sein Werk, tut er es aus aus Vertrauen zu Gott oder aus und dann bittet Gott ihn oder nicht er sagt Abraham bringe mir deinen Sohn deinen einzigen Sohn das heißt der einzige Sohn der Vererbung der Sohn der Verheißung war nur einer bringe ihn mir zum Opfer auf dem Berg Moria und Abraham gehorcht sofort und er geht drei Tage bis er an den Ort kommt und Gott hält Abraham auf seinen Sohn zu opfern weil er hatte ja nicht vor dass Abraham irgendetwas seinem Sohn tut aber es wollte und es musste vor dem Universum bezeugt werden dass der Abraham das Größte was er hat das Teuerste und Allerliebste in der Lage war zu geben weil es war nur ein Mittel um einen Zweck zu erfüllen Abraham bringt nur seinen Sohn als Opfer das heißt es ist ja so wenn es getan hätte als Beweis dass sein Glaube Komplett Wer im geringsten treu ist ist auch im großen treu Die Treue wird und ist einzigartig sie ist oder sie ist es nicht man ist gerecht oder man ist ungerecht es gibt nicht zwei Wege und so zeigt Abraham durch seine einzige Tat dass sein Glaube Komplett ist Hiob Hiob habe ich schon erwähnt Hiob war gewachsen in den Jahren seines Lebens zu dieser Hoheit wo er beweist dass er willig war oder dass er alles gegeben hatte weil bei ihm wird der Beweis ja umgekehrt gemacht ihm wird alles genommen als Mittel um zu sehen hat er das Mittel als Zweck für sich oder hat er das Mittel schon längst gegeben und Hiob beweist dass er keines seiner zehn Kinder für sich behalten hat Hiob beweist dass er keine seiner materiellen Mittel oder Werkzeuge oder was auch immer als sein erachtete er hatte alles gegeben und in seinem Fall beweist Gott dass Hiob ein gerechter Mensch ist in dessen Herzen die Umwandlung von Misstrauen zu Gott komplett zum Vertrauen auf Gott und komplett zur Trennung von Satan gekommen ist in Hiob gab es nicht mehr nicht mehr was er behielt nichts ist das nicht eine wahnsinnig schöne Geschichte wo Gott beweist in Abraham in Hiob den einen in diese Art der anderen in der anderen Art beides scheinen doch ziemlich brutale Arten zu sein oder nicht rein menschlich gesehen würden wir sagen warum Gott weiß es doch ja Gott weiß aber die Menschheit weiß es nicht und die die es noch üben sollen wissen es nicht dass es Vertrauen nur komplett gibt und nicht unkomplett und es kann nur in der äußersten Not bewiesen werden glaubt ihr dass Gott aus Spaß seinen Sohn gegeben hat um am Kreuz zu sterben kam Christus auf diese Welt einfach weil es nicht um alles oder nichts ging kam er um hier einen Spaziergang zu machen oder kam er um das größte Unrecht zu erdulden um sein Leben zu zeigen dass er es nicht für sich hatte sondern hatte um es zu geben geben uns das Rechenschaft Gott hat in Christus alles gegeben aber er musste durch eine brutale Art gehen weil dieser Weg zurück ist nicht ein Spaziergang er erfordert äusserste Maßnahmen um zu beweisen dass das Vertrauen zu Gott komplett da ist und wieder hergestellt der Paulus war ein Mann der hat wie viel gegeben die Zeit ist vorbei ich kann darüber nicht mehr sprechen aber guckt euch die Beispiele an ich habe noch ein kleines Beispiel das ist die Witwe im Tempel da kommen sie alle zum Schatzkasten und bringen ihre Gaben und Jesus schaut zu um seinen Jüngern eine Lehre zu geben vom Gesetz das sagt alles oder nichts dass die anderen ihre Gaben bringen interessiert Jesus nicht einmal sie geben mehr als diese Witwe aber sie geben durch das Teil das sie geben nicht alles auch die Witwe hat nur zwei Pfennige hineingeschmissen war es alles nein es war nur ein Teil aber es war ein Zeichen dass es alles war was sie hatte sie gab alles und deshalb stand Jesus da um zu sagen diese Witwe hat zwei Penne reingeworfen nichts sagend im Vergleich zu den Beträgen die anderen alle einwarfen aber er sagt sie hat das Gesetz erfüllt sie hat alles gegeben während die anderen nur einen Teil gegeben haben und das bedeutet Untreue Unehrlichkeit komplett und es gibt viele Beispiele in der Heiligen Schrift ich möchte zum Ende kommen welche Rolle spielen die Teilgaben dann Gott hat uns gesagt wir sollen Zehnten von Einkommen geben Gott gibt uns und sagt wir sollen den Dankes geben er sagt uns wir sollen den Armen und den kranken und weisen helfen er hat uns einen Tag aus sieben Tagen der Ruhe gegeben das sind alles Teil Dinge warum sie sind ein Zeichen für die komplette Hingabe und das wollen wir in der nächsten Stunde besprechen wir wollen den Gedanken vertiefen dass eine Teilgabe keine Gabe ist wenn sie nicht ein Zeichen einer kompletten Hingabe ist dann ist die Teilgabe sinnlos auch wenn sie minutiös ist so wie die Pharisäer und Schiffgelehrten sie haben Zehnten gegeben von allen Kleinigkeiten ihres Lebens aber sie haben immer nur einen Teil gegeben das heißt sie waren in ihrem Bewusstsein nicht ehrlich zu Gott sie waren in ihrem Bewusstsein dort wo sie Zugang hatten unehrlich und sind wir im Bewusstsein unehrlich dann sind wir im Herzen schon ganz weit ehrlich das heißt da können wir nicht ehrlich sein da sind wir betrogen wir kommen so auf die Welt aber unsere Hingabe als ich damals zu Gott kam und er mich rief dass ich die Familie nicht verlasse da war meine Hingabe in meinem Bewusstsein komplett aber wusste ich was in meinem Herzen ist jetzt nach 15 ein halb Jahren schaue ich zurück ich weiß noch nicht wie viel in meinem Herzen ist das noch fehl angebunden ist aber in meinem Bewusstsein gehöre ich ganz Gott in meinem Bewusstsein habe ich nichts was ich ihm zurück behalte zurückhalte und so kann er mich führen dass ich das was ich tue heute die Teilgaben die ich gebe wir werden sie eindeutig ausführlich besprechen in der nächsten Stunde ein Zeichen sind dass im Bewusstsein ich völlig ehrlich und Gott ganz gehöre und dies ist die Frage die du stellen musst im Herzen weißt du es nicht aber in deinem Willen in deinem Bewusstsein musst du in den Spiegel schauen können und sagen Herr gibt es etwas was ich bewusst dir vorenthalte gibt es irgendetwas wo ich unehrlich bin zu dir und wenn es nur das geringste ist und du sagst naja das wird doch Gott nicht anschauen als so ein Problem dann musst du wissen und schau dir das Bild von Adam und Eva an sie waren in einer Kleinigkeit untreu und es war eine komplette untreu wir müssen in unserem Bewusstsein immer eine komplette Hingabe haben damit wir durch die Gnade Gottes lernen Tag für Tag bis wir eines Tages auch im Herzen eine komplette Hingabe haben wo im Herzen das Vertrauen komplett Gottes ist dann kann er uns in den Ofen der Trübsal bringen und dann kann er beweisen dass das Vertrauen zu einer kompletten Gesetzerfüllung geführt hat nämlich zum Nutzen aller Mittel zur Erfüllung des Zwecks Wer im geringsten treu ist der ist auch im großen treu und wer im geringsten unrecht ist der ist auch im großen unrecht Amen Amen